Fische Am zweiten hast du einen neuen Mond und Sonnenfinsternis im 10. Grad Waage. Mit dieser Sonnenfinsternis wirst du dich tiefen inneren Transformationen stellen müssen. Das achte Haus steht für Themen wie Macht, Kontrolle, aber auch für gemeinschaftliche Ressourcen und innere Wandlungsprozesse. Du könntest in dieser Phase dazu gedrängt werden, dich mit deinen tiefsten Ängsten auseinanderzusetzen und alte emotionale Muster loszulassen. Am dritten hast du Venus im Skorpion. Sie bildet einen Aspekt zu Saturn. Du wirst eine tiefere Verbindung zu deinen Überzeugungen und deinem inneren Wachstum entwickeln, Beziehungen, die auf stabilen Fundamenten gebaut sind, könnten sich in dieser Zeit festigen. Am sechsten hast du Venus im Skorpion-Trigond Mars. Mars im fünften Haus fördert deine Fähigkeit, aktiv und mutig in deiner Selbstverwirklichung zu handeln. Es ist eine Zeit, in der du dich sicherer fühlst, deine Gefühle auszudrücken und gleichzeitig eine emotionale Tiefe zu entwickeln, die dich inspiriert. Am neunten hast du Jupiter rückläufig in den Zwillingen. Bis Anfang Februar 2025 wirst du einige Überzeugungen oder Ansichten über deine Herkunft oder dein Zuhause infrage stellen. Denn möglicherweise kommt es zu einer Phase der inneren Reflexion, in der du alte Familienmuster überdenkst und hinterfragst. Und das Thema Wohnsituation kann sich auch in dieser Zeit verändern. Am zwölften hast du Pluto direkt läufig im 29. Grad Steinbock. Und das heißt, bis 19. November wirst du dich von einigen Gruppen, Umgebungen oder Gemeinschaften distanzieren, um dich auf die Menschen zu konzentrieren, die deine Entwicklung unterstützen. Der Rest wird nicht mehr wichtig für dich sein. Am 13. hast du Venus im Skorpion-Opposition Uranus. Diese Opposition könnte zu Spannungen führen, insbesondere wenn du versuchst, alte Muster aufrecht zu erhalten. Sei offen für das Neue, auch wenn es Überforderung oder unbequeme Wahrheiten dabei gibt, die du erkennen musst. Am 17. hast du Venus im Schütze. Bis 11. November legt dieser Transit nahe, dass du dich mit mehr Optimismus und Begeisterung deinen persönlichen Zielen widmest. Es ist eine Phase, in der du charismatisch und mit mehr Anziehungskraft in deinen Beziehungen dich entwickelst. Am 18. hast du einen Vollmond und zugleich auch die letzte Mondfinsternis des Jahres im 25. Grad deines Zeichens. Diese Finsternis könnte ein Wendepunkt in Bezug auf deine persönliche Identität sein, bei dem du erkennst, welche Aspekte deiner selbst du loslassen musst, um weiter zu wachsen. Am 19. hast du Venus im Skorpion-Sextil-Pluto. Du könntest feststellen, dass tiefgreifende Veränderungen in deinen Freundschaften und Netzwerken eine positive Entwicklung anstoßen. Und danach, am 25. hast du Mars-Sextil-Uranus. Diese Energie gibt dir den Impuls, deine kreativen Ideen freier auszudrücken und in deinen Projekten oder Beziehungen spontaner zu handeln. Und dann hast du am 27. Merkur im Skorpion-Opposition-Uranus. Schließlich bringt dieser Aspekt eine Zeit intensiver geistiger Aktivität am Monatsende. Es könnte zu plötzlichen Aha-Momenten oder neuen Erkenntnissen kommen, die deine Sicht auf die Welt herausfordern. Und erinnere dich immer daran, dass diese ganz, ganz allgemeine Prognose sind. Du kannst die Stimmigkeit davon auf meinem Blog überprüfen. Gehe auf meine Webseite. Dort kannst du die schriftliche Version dieser Monatsprognosen lesen. Und wenn du eine personalisierte, individualisierte und langfristige Prognose für deine Zukunft haben möchtest, kannst du diese jetzt auf meiner Homepage buchen. Du wirst eine zügige Antwort von mir erhalten. Alles Gute und bis zum nächsten Video.